guten moin guten mittag und wie eh und je einen wunderschönen guten abend freunde ich bin jack für jack in the game und willkommen zurück zu lügen des peters und es tut mir wie gesagt auch wirklich leider in den letzten paar dass ich den boss bei so gesehen nicht schneiden musste aber es waren einfach unheimlich lange tries bloß sehr viel gefahren sehr viel grind ich musste die ganze zeit zurückgehen um mein jetzt das schlittert uns jetzt hier noch mal um meine goldfrucht immer zu sammeln und dann halt noch sternfragmente aber nichtsdestotrotz wir haben es geschafft dass wir ist tot und ich gehe jetzt noch nicht zurück zur hotel grad wir reden mit dir mal i had a feeling you'd be the perfect bait i got what i wanted thanks to you the last hero weapon is finally in my hands i knew where it was but i didn't dare lay my hands on it the swamp is too dangerous someday soon you'll see you have my thanks and you've earned a nickname alidoros best bait see you at the hotel arschloch der typ ist ein arschloch ganz ehrlich na gut holen wir das gold in der ergo und dann ab nach hause er ist schlimmer als als petchies petchies die hyäne schlimmer petchies ist sogar ich würde fast sagen ein goldstück im gegenwärtig zu ihm und ja ich habe mein kukiri jetzt drin immer mehr wenns mir ist auch gefallen die ist deutlich schneller hat als aufgrund der deutsche höhere dps bloß ihrem moveset glaubt es mir ein bisschen mobiler zu sein so kurzes hagen tot aber nicht tot alter weg oben sehe ich ja ja Oh 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 Pop, 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 pop Sternfragment, das ist schön Legionsmagazin, also weniger Akkufragment So Was ist denn jetzt hier unten versteckt Hier Was geht denn hier vor Was geht hier vor sich Spreches Erdbeben Ach du meine Güte, okay Spezialwiderstand Reprobierstand Seke, was Was Ich bin wieder beim Bahnhof Oder Ja, der Hauptbahnhof Nicht ganz Zugfahrkart nochmal Sagt mal, ja, wegen Blutflink ist der Text nicht mehr zu lesen Ist schon der Bahnhof Weil ich ja gleich hier, oder? 아니 Du schaust das Lachon Lachon Keystone Express Das hier ist St. Marianne Blue Fairy wir hatten bestimmt ist ein anderes gebiet ja und deshalb bahnhof und das ist ja okay das ist ein bisschen anders jetzt schon sagen warum man kann ich einfach zurück reportieren zum ersten aber kurz mal ein gesperrt wegen der transition halt noch so wir hatten nicht kann es nicht kann es nicht haben wir du hast dich nicht zufrieden ich habe jetzt auf die zurück das ein 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 das 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 Der Golden Ergo ist die höchste Form der Macht, die wir nutzen können, und es ist ungefähr perfekt. Wir können einen Stadtblock mit diesem. Du hast, die Alchemisten hat mir gefordert eine Transporte, die von mir, von diesem. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht ist es noch in der Untergrund. Nur ein Problem mit der Base. Ich weiß nicht genau wo es ist. Ich weiß nicht genau genau, wie es ist. Ich habe es nur kurz vor, kurz nach der Ausführung. Nach allem, ich bin der Prinz von der Kratz-Social-Szene, und ich verabschiede zu ihren Mystikismus. Da, es ist fertig. Jetzt fahre es. Ein Schwerer der Alchemisten im Hintergrund. Das klingt wie etwas Antonia, die vielleicht von ihnen gehört. Du lieber sie fragen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich letztes war, aber okay, gut, er gibt ja Sinn, wenn ich ja den Boss kille. Gut, Antonia, dann sag doch mal bitte mal, wo ist denn unser geheimes Labor? Komm, hier, Kind. Das ist meine erste Chance, um einen richtigen Blick auf dich zu sehen. Es ist ein Schade, dass meine Krankheit mich auszüglichen sehen, dass ich so ein sehr süßes Mädchen gesehen habe. Oh, dass ich wieder so jung bin. Du bist für dieses Geheimnis zuständig. Du hast keine Ahnung, wie viel es mir bedeutet. Ich muss mich aufzuhören, weil ich mich ein bisschen glücklich fühle, aber ich fühle mich, dass ich mich immer wieder verloren habe. Oh, danke. Wenn Kraut immer wieder eine richtige Ball hat, hoffe ich, dass du mir fragen kannst, um eine Danze. Das Ergo flüstert. Das wollte ich mal überprüfen gleich. Und zwar haben wir bekommen nämlich, man kann irgendwie sein Aussehen ändern, beziehungsweise es tut sich auf Auswirkungen auf die ganze Interaktion nämlich. Ich habe gehört, was mit der Exhibition passiert. Wie schrecklich. Es ist kein Wunder, dass du die Alchemisten abhängst. Ich erzähle dir eine Sache. Viele Geheimnisse sind in der Stadt Kraut. Das Gleiche geht für dieses Hotel. Neben uns gibt es eine Passage, die mit einer Untergrund der Basie des Alchemisten. Es ist, wo Ergo's Veil war erst zuvor, lange zuvor. Bis zum Betrification des Alchemisten, der Hotel gearbeitet hat mit den Alchemisten. Aber ich wusste nicht, dass sie so korrupt sind. Alles verändert, als Simon wurde ihre Leiter. Ich dachte, dass die Survivoren der Exhibition anders wäre. Aber sie sind so korrupt. Die Passage, die Untergrund der Basie des Untergrund der Basie sind von ihrer Seite. Wir können nicht durchführen, wenn sie sie öffnen. Und die Untergrund der Basie des Untergrund der Basie ist die einzige Weg, um für die Isle des Alchemisten. Wenn wir finden den richtigen Alchemisten, vielleicht können wir die Tür öffnen. Das war mir irgendwie schon klar, ich da hin muss. So. Ich habe den letzten Schmerz, dank dir zu dir. Der Saber. Ein wertvolles Artefakt aus der Auslande. Es wird mich immer an den Ratschel, der ihn verletzt, und dann in die Nähe. Ich habe versucht, ihn zu retten, aber ich verletzte. Ich lasse die Verpflichtung für den Krieg, sagte ich. Und in einer Verkaufung, du musst du den Ratschern des Alchemisten werden. Was? Warte, 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 warte. Oh. Zwei Drachenschwert. Das sieht sexy aus. Technik. Oh. Ich habe jetzt gerade den Teilsmann gesehen, das Amulett. Hutangriff ausweichen. Jetzt müssen wir jetzt gucken. Warte mal, ich kann es so upgraden jetzt. Warte mal, ich kann es so upgraden jetzt. Ich kann es so upgraden. Das ist ein Saber aus dem Land des Morgen. Du hast das in der Barrenswamm? Das ist lustig. Du weißt, wie ich gesagt habe, dass meine Familie von Weapon-Experten waren? Eine meiner früheren Erinnerung ist, dass sie über Sabern sprechen. Vielleicht ein Thief stole das von der Grand Exhibition Gallery. Aber es ist nur eine Galerie von Ghosts, jetzt. Mit niemandem zu behaupten, ich glaube, es ist dein. Du weißt, dass es nicht so gut ist. Aber du weißt, dass es gut geht. Du weißt, dass es gut geht. Aber du weißt, dass es gut geht. Du weißt, dass es gut geht. Das ist gut zu wissen. Ich habe es gut gelegt, um diese Gefühl zu haben. Du weißt, dass ich sie sich verhören kann. Ich bin froh, dass sie sie zu verhören. Wie gut ich kann. Danke für sie zu entschuldigen. Und... ...dass mich durch diese Emotion gewohnt. Nehmt was, Herr, Sie sind willkommen! Ähm, kaufen. Ich brauche jetzt zweimal diesen Stein eigentlich nur. So, wir gehen mal zurück. Upgrade. Vollmondstein brauche ich jetzt noch. Äh, gehe ich, ähm, gehe ich, ja, die, guck mal, kannst du mal zur Gebette, okay, mal gucken, ob ich die Form jetzt ändern kann. Plus, habe ich eigentlich noch Quarz? Nee, kein Quarz mehr. Hm. Keine gespeicherten Formen, okay. Ich muss den Bild machen vielleicht. Nein, das kann ich jetzt nicht benutzen. Hm. Ich habe irgendwie mal mitbekommen, du kannst deine, deine Frisur, oder deine Frisur ändert sich irgendwie nachdem, wie du spielst. Mit Lügen oder nicht Lügen oder so. Aber gut. Ähm. Halt. Dann Technik mal hoch. Bisschen mal ganz kurz, das Mut wird immer sehen, wenn man vom Scheiß Schwert. Okay. Okay. Okay, oh, das ist schön, ist wirklich schön die Waffe, äh, liegt das, wenn ich das nicht nehmen, Technik, ah, die ist im Vergleich zu der halt besser, ne, vom Scaling her, aber ich muss es vergessen, ich wollte mir keinen Respekt machen, vielleicht, außer bei Aufnahme meinem zweiten Playthrough, aber, nee, halt, ich muss auch noch upgraden, hm, aber wo ist nicht geblieben, aber ich glaube nicht, dass ich zwei, äh, äh, umspecke, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, so, ähm, Entschlossenheit mit einem Punkt hochknallen, äh, Zuhörer, was ist Zuhörer? Ich habe immer gefragt, warum ich ein Listener bin, warum diese Macht kam zu mir, in dieser Zeit und Zeit, aber jetzt verstehe ich. Irgo kam zu, um, jemanden zu hören, wenn es einmal ein Mensch sein war, oder vielleicht, jemanden zu erinnern, vielleicht ein Gott oder ein Engel, wer weiß, aber die Alchemist haben Ich habe alles gefeiert. Der Gold-Coin-Tree ist eine schreckliche Kreatur, die von den Listenern haben. Wie viele von ihren Kreaturen, ist es tragisch, aber sinnvoll. Du kannst Ergo kontrollieren mit Gold-Coin-Fruiten. Die schrecklichen Tränen von denen, die geworden sind. Wenn sie die Chance bekommen, die Alchemisten könnte mich zu machen, zu machen. Oder etwas noch mehr Tragisch. Lass die Schrecklichen Tränen von den Alchemisten sein. Mit der Früten, sie schreien ihre Kraft zu dir. Die Gold-Coin-Fruiten. Lass die Schreckliche Stäte inspirieren dich zur Gewalt. Sie erheben ihre Schreckliche. Seine Tränen und Tränen. Ähm, okay. Ist doch nichts besonderes. Ähm, gut. Weitermachen. Hauptbahnhof. Abmarsch. Mal gucken, was nichts erwartet im Hauptbahnhof, weil... ...ja... ...wird sich bestimmt einiges verändert haben, wenn sie eine Transition gemacht haben. Ich muss einen Archivisten dort finden. Oh Gott. So. Kommst du nicht lang? ... ... ... ist hier noch was da ist auf jeden fall einer versteckt ich habe irgendwas zum werfen habe ich es Das war's. Warte. Warte. Du machst dir Scheiß, Baselist, gegen Dark Souls, ey. Du machst dir Scheiß. Du machst dir Scheiß, Baselist, gegen Dark Souls, ey. Du machst dir Scheiß. Du machst dir Scheiß. Du machst dir Scheiß. Du du machst. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Ah, I see, I see, I see, I see, I see. Ow. Ouch. Okay. Ich glaube, er geht rüber auf den Kokiri. Dieser war ein bisschen schneller, glaube ich, dieser Teil. Achso, es gibt ein paar Sternfragmente dafür. Das war ja One-Shot. Okay. 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 Kurz mal den Trank hier nehmen. Sehr schön. Feuer ist die Lösung hier gerade. Oh Gott, das ist auch ein großes Runde, der Dingsdor. So, jetzt. Oh Gott, das war's. So, noch mal ran. So, noch mal ran. Ach, hier ist ja, warte mal, das muss ich jetzt ganz schnell das da nehmen. Nee, das hilft gar nicht. Okay, es ist also ein Unterschied zwischen Spezialwiderstand, Spezialzustand und Attributzustand. Sachen gibt's. Ah. Okay. 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 Ich glaube, das war's. Okay. Und so weiter. Let's probate. Let's go. Oh 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 Sehr schön, du. Au. Stör mal bitte. Am Ende hat der Mörderpuppe. Hohoho, das ist ein geiler Name. Warte mal, das Teil. Mit dem Schaden, dem der Menschen zugefügt wird. Alles klar? Gut, so ist es auch Menschen Schaden zufügen können. Warte mal, ganz kurz. Das ist unser Zug. Jetzt weiß ich, wo wir es sind. Guck mal. Ich habe die großartige Puppe vollkommen, nun wird dieses Kind. Ist also gar nix. Man, es wäre schon gewesen, wenn ich noch hier irgendwas gefunden hätte. Das ist so ein Secret Weapon. Eine Waffe, die selbst Battle Gear übertreppen könnte. Das ist so, okay. Also muss ich da hoch. Moment, da oben hockt jemand, aber nee, weil nur das Licht und das Geländer. ist hier noch irgendwo was versteckt. Kann ich gleich nach unten gehen und weiter ziehen. Das ist jetzt, da. Der Stargezer. nach unten. Was ist denn hier? Nix Besonderes. Warum ist dann dieser... Das gibt keinen Sinn. Warum ist dann der Waggon auf mich, wenn da nix ist? Macht nix gerade. Oh Gott. Was ist dann hier? Mit. Was? Was ist denn hier? Was? Bist du��릴st Ort? Wie? Was? Das ist schon? Was? Es ist schon? Was? Alter, sind die anstrengend gewesen gerade. Irgendwas Gutes hier? Ich würde sagen, was wertvolles. Barz. Ach, Nagebeil. Ah, Meisterkochmeister. Das ist schick. Ich weiß, dass es einen Einstieg gab, aber warum mussten sie die Kommunikation abbrechen? Bitte lasst uns raus. Deswegen nur auslassen, die eigentlich misten, oder? Oder die Bewohner? Au! Halt! Ey. Nein, ich wollte jetzt... Alter. Alter. Klaus mir Ergo? Der kommt 22 Ergo. Pro Schlag. Oder pro Saug. Ah, gut. Warte mal. Oh, je war fiese. Ich bin locker. Hier ist der Switch. Ich bin flu- Krass. Goflog. Oh, ja. Vielleicht Wake das ist erfolgreich. Die Tür war. Ä' anfing Capus. ficar discover ist rom % when Du siehst. Ich Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, kommen wir ihm. Out of the field. Ow. okay das kiri über den den ich helfen plan perfekt noch eins B das war schon schwer ähm so Nicht da lang. So. 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 Hier. Komm. Was? Alter, hast du zu viel Leben, Bruder? Not to. So. 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 Das war's für heute. 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 Warte mal. Irgendwas hat nicht hin. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist denn lang? Wo ist der Nebenweg? Das war's für heute. Oh Gott. Duke Mondstein des Bundes. Super. Nice. Eine Ewigkeit, die ich hatte, ne? Denk an den Metallengel. Wir sind einfach auf einer Reise, die einen seinen Spuren folgt. Lied des Tages. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen mehr Gewicht tragen. Super. Jetzt bin ich happy. Und Leute, die Happys sind, die sind immer wieder weiter voran im Spiel, ne? Also sag ich jetzt auf jeden Fall, Feierabend für heute. Guten Nächtle. Guten Mittag, guten Abend. Bleib geschmeidig. Und wie immer, Schöle mit Öle. Bis zum nächsten. Bye.